So, noch ein paar Bilder hier, bewegte Bilder. Ich gebe auch nicht mehr Gas heute, Tim. Ich war nicht immer zufrieden hier, ganz schön geschrien hier. Aber wie gesagt, wir wollen sehen, was gegen Bayern abgeht im Pokal. Das war los, alles gut. Ja, jetzt habe ich den Kopf noch abgemacht, nicht? Ja, hier haben wir den anderen hier, guck mal nere, die Bilder hier. Alles gut. Tommy und Tore. Ja, wir wollen sehen, alles klar. Nu ist der Hausfarbe. Du musst bevise Bilder. Alles gut. Und dann wünsche ich euch noch, ich feiere abends, ich sehe.